So, uah. Hier scheint irgendwo eine Lagerkiste zu sein. Wir steigen mal eben ganz kurz aus. Falsche Richtung. Hallo, ich hänge fest. Da ist er. Moin. Hey. Hier ist Schrittgeschwindigkeit, Mann. Gibt die Kass hier, ey. So, smarte Raketenwerfer haben wir auch. Das ist gut. Alleine ungleich den Wachtturm, den Obrigkeitszündturm. Um den Obrigkeitszündturm zu killen. so, um den Obrigkeitszünder. Wo ist denn dieser kleine Wachtturm hier? Passt doch mal auf, wo du fährst. Äh, ach da! Wir steigen mal aus. Oh, ich glaube, er hat mich auch schon entdeckt. Aua, hier hat er. Oh, wie der hat. Oh, oh. Ey! Oh nein, nicht diese lila. Oh nein, nicht diese lila. Oh, oh. Oh, oh. 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 Alter, ich mach mich heute echt schlecht Uuuuh 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 Das tat weh Leck mich Das war fett So, Lagerkiste Hier müsste irgendwo eine sein Da hinten ist sie versteckt Und jetzt geht's erstmal zum Janerel Zum Janerel Zum Janerel geht das erstmal Und dann, äh, schauen wir mal Ab zum Janerel Ah ne, das war ja gar nicht der General Aber apropos Janerel und so weiter Hier versteckt sich der, äh, Zwillingsfälligkeiten Unter der Oberfläche Kleck, Clayton Und, ähm Genforschungsstation Ist da auch noch Ja, die Sandwurmseuche Die werde ich sicherlich nicht machen Weil diese blöde Sandwurmseuche Da weiß ich echt nicht Was ich machen soll Ist ja Ja Wir sind Okay, ich bin bei den Zwillingsfällen Ich halte die Augen nach Handzeichen der Obrigkeit offen Gut Sag mir, wenn du was findest Nein Oh 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 So Ich komm runter Auf die Fresse Auf die Fresse So erstmal die ganzen Goons hier vernichten Ah Ah guck mal Aua Was wär der denn da hier so auf mich So 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 muss die hässliche nein noch nicht ich suche weiter ehrlicherweise möchte ich eigentlich auch nix haben wo sind die denn alle ich höre da gemaule ich höre da gekreische ich gehöre da alles gerne mecker aber sehntücher keinen von den feigen kleinen schweinchen extra höher kommen oder was ok ich werde geschossen die oberigkeit schickt glaube ich leute ich habe keine munition mehr so kann man ja nicht mit mir machen war ebenso die munition weg ist ja also ich glaube ich sollte mal etwas kraften zwar geschützt drohnen und vielleicht ein bisschen gesundheit kann nicht schaden gesundheit so wie krieg ich denn jetzt hier noch mal sachen in meinen inventar im waffel fehlt mir auch noch feuer gewollt war da fehlt mir noch eine feuersturm gewollt war der fehlt mir sogar noch das ist ja gar nicht naja egal habe ich jetzt eigentlich zwei ich nehme gerade zwei sachen auf einmal eine kommt nach unten sind noch sachen aber ich sehe jetzt hier auch keine doch da hinten ist eine truhe die sehe ich doch da rieche ich hilfe so eine lagerkaste einer lagerkaste eine lagerkiste haben wir gefunden das ist ja schon mal schön da hinten ist noch eine irgendwo in die richtung so dass die zweite lagerkaste oder kiste da hinten ist noch eine aber noch eine fehlt mir naja wir gehen da erst mal uns die da hinten holen und dann ach so falscher revolver ist nö das kannst du mir nicht und ich bin da um meine lagerkiste zu holen ich will aber noch eine archen truhe das finde ich sehr ja genau habe ich ja gesagt so meine eichen truhe hätte ich aber gerne noch weil so was braucht man immer ja eingebettetes federiert das weiß ich ja wo es ist äh wo war denn das ach da ach so wahrscheinlich hä komm ich denn da dran wahrscheinlich von da oben ne ach da ach da eine spionage drohne ist auch irgendwo hier in unserer nähe noch eine für's protokoll ich finde meine archen truhe nicht finde ich jetzt gerade weniger schön und man muss sagen der bau ist hier sehr verbaut der bau ist hier sehr verbaut was für ein epischer kram aber ich werde sehr sauer wenn ich meine archen truhe nicht finde warum kann man die denn nicht sehen hier auf diesem wieso sehe ich die denn nicht so hier war ich auch schon da ist sie doch bin ich vorhin über die rohe rüber gelaufen rüber gesprungen versehen nicht so alles gut können weitermachen halte ausschau nach hinweisen zur oberigkeit ja ich finde ich habe die oberigkeit ja eigentlich schon gefunden nachdem sie ja hier leute hingeschickt haben wir kürzen mal ab hoops das ist ja kein hinweis wo soll denn der hinweis sein ich finde das ist genug hinweis dieses riesen tor hier ups wasser gefallen wo soll denn der hinweis sein im himmel oder was ich finde dieses tor ist ein riesen hinweis was es gibt es ja nicht es gibt es ja nicht wie komme ich denn da hoch da auch immer hier hoch da auch immer hier hoch da auch immer hier hoch mal leute hin ausschau zu hinweisen zur oberigkeit Ja, wie denn? Wo soll ich denn hier Hinweise finden? Wie sehen die aus? Wie sehen denn solche Hinweise aus? Könnt ihr mir das mal... ...verdrahten? Na, okay. 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 Water! Was ist das? 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 Da ist ein riesen Hinweis. Ein Tor. Was muss ich denn machen? Ich halte weiter die Augen offen. Ja, ich kann auch die Augen zumachen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Ich halte auch schon nach Hinweisen auf die Ohrigkeit. Nicht mehr wüsste, wie? Okay, da sind Rohre. Diese Rohre werden ja wohl nicht bis hier hingehen. Hallo? Hallo Rohr? Hallo? Liebe Spielentwickler, also das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Oder triggert hier irgendwas durch den Bug mal wieder nicht. Oh. Hoppla. Ist ja auch keine Seltenheit, dass hier aktuell die Sachen nicht triggern durch irgendwelche Bugs. So, hier kamen vorhin diese Viecher an. Was für mich ja ein Hinweis genug ist eigentlich, dass die Obrigkeit auch hier ist. Und hier überdrehen, ne? Hier irgendwie rein, nö. Wie ein Kletter-Affe, oder was? Irgendwann übersehe ich natürlich wieder. Benutzt die Seilrutsche. Und jetzt? Jetzt bin ich immer noch kein Deutsch schlauer. Ich bin immer noch kein Deutsch schlauer als vorher. Ich würde mir jetzt hoffen, dass irgendwo da die Rohre da reinführen würden. Ich würde mich schon in die Obrigkeitsgedöns, aber... Boah. Ach Leute, kommt! Ich will da rein. Halt der Ausschau nach Hinweisen für die Obrigkeit. Ja, die sind da gerade angekommen, weißt du? Die sind geflogen, die haben da Leute abgesetzt. Na, was soll ich noch Ausschau halten? Mehr Hinweise gibt mir doch gar nicht. Ich fand, da war der Hinweis schlechthin. Klingt fest. Ich bin zu fett oder zu groß, eins von beiden. Wer gibt hier sonst keine Hinweise, Mann. Wenn man gleich ploppt hier wieder gleich irgendwas auf Oben ja Da waren wir auch schon oder hier waren wir auch schon Hier sind wir schon hochgeklettert, weil hier waren wir auch schon. Hier haben wir eine Lagerkiste mitgenommen. Hier kommen wir nicht rein. Leider. Hier ist aber auch nirgendwo ein Schalter, den man drücken könnte. Oder sonstiges. So. Ein paar nur Muni. Ach so. Die Seilrutsche vielleicht. Nein! Hier ist eine Art Tor, das in den Berg führt. Sieht so aus. Ja, ich gehe rein, um es rauszufinden. Echt jetzt? Das Seil.